Hi Leute, willkommen zum neuen, kein Unboxing-Video, aber zu einem Unboxing-Planet-Video. Diesmal geht es um das Thema Akku-Werkzeuge, Akku-Platen-Werkzeuge und da möchte ich euch jetzt keine Geräte vorstellen, sondern auf eine Seite hinweisen, wo man wirklich hilfreiche Informationen zu verschiedenen Akku-Werkzeugen und Akku-Garten-Werkzeuge bekommt, zu ganzen Sets, zu verschiedenen kleineren Sets, wo halt mehrere Geräte in einem Umfang enthalten sind, beziehungsweise in einem Set enthalten sind und da geht es um die Seite akku-werkzeuge-kaufen.com Link unterhalb in der Videobeschreibung zu finden und ja, da gibt es zwei große Bereiche, das sind die Bereiche Akku-Werkzeuge, also alle Elektro-Werkzeuge, die mit einem starken Akku funktionieren oder sogar mögen vielleicht mit zwei Akkus funktionieren. Ja, sei es 18 Volt, sei es 20 Volt, sei es 36 Volt oder 40 Volt, 50 Volt, gibt es ja von unterschiedlichen Herstellern unterschiedliche Akku-Varianten und ja, die herkömmlichste für den normalen Gebrauch sind die 18 Volt Akkus und dann gibt es noch den Bereich Akku-Garten-Werkzeuge, dort findet man alle Werkzeuge für den Garten, die mit einem Akku funktionieren, also sei es jetzt Akku-Rasentrimmer, Akku-Rasenmäher, Akku-Kettensäge und und und, also da gibt es auch so viele Möglichkeiten, alles was man normal im Elektro- oder Benzinbereich findet, findet man jetzt auch schon im Akku-Bereich und ja, einfach die Seite anschauen, einfach die Informationen ansehen und ja, wer ein Akku-Gerät kaufen möchte, sei es Akku-Werkzeug, Akku-Garten-Werkzeug, dann sollte man sich auch schon vorher überlegen, ob man nur ein Gerät von diesem Hersteller kaufen möchte oder ob man mehrere Geräte für sein Hobby, für den Garten oder für sonst irgendetwas benötigt, dann wäre es natürlich sinnvoll, wenn man alles von einem Hersteller kauft, damit man dann die Akkus für alle Geräte nutzen kann oder man kann auch später, wenn man schon drei, vier Akkus hat, kann man dann zusätzliche Geräte nur mehr ohne Akku kaufen, dann spart man sich schon wieder einiges und kann die Akkus dann in diesem Gerät ebenfalls benutzen, also da hat man so viele Möglichkeiten und natürlich auch Sparpotenzial und genau solche Informationen findet man auf dieser Seite einfach unten in der Videobeschreibung den Link ansehen, drücken, die Seite ansehen und ja, dann alle Informationen über Akku-Werkzeuge, Akku-Garten-Werkzeuge durchlesen und da findet man auch gute Beratung und ja, bei der Kaufentscheidung wird einem geholfen. So, ich hoffe, die Informationen haben euch gefallen, ich hoffe, die Seite gefällt euch, über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen, für meinen Kanal, für mein Video und wir sehen uns im nächsten Unboxing Planet Video.